Musik Wieland Wagner bei der Stellprobe zum ersten Akt auf Probebühne 1 James King als Siegmund und Leonie Rüsanek als Sieglinde Musik 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 Schnell einen Blick auf das Szenenbild dieser Inszenierung Am gleichen Tage Fortsetzung auf der Bühne, in der fertigen Dekoration, jedoch ohne Kostüm Musik 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 Wenn wir hier stehen, wenn Sie schon auf den Knien sind, dann dürfen Sie aber nicht wieder nach unten kommen. Das ist natürlich dann ein ganz komisches Stück. Also Sie sind jetzt... Es ist immer so, wer ist der Sogniesslar. Sollte jetzt kommen Sie irgendwie da auf die Knie hin? Ja. Aber jetzt dürfen wir ja nicht wieder dazwischen runter, denn wir wissen ja, die Dänzen aus der Knie aus. Ja, okay. Mal rein. Wahnsinn. Technisch. Harre bis Heime. So, und daraus dürfen wir dann nicht mehr zurück, denn dann müssen wir uns wieder hinlegen. Jetzt müssen Sie ja aufstehen. Immer das Aufstehen aus der Frau. Sie haben ja schon gepolt. Die Spannung nicht mehr rauslassen. Jetzt alles zu, ihr sagt. So, machen wir es. Ein bisschen zu. Die Spannung nicht mehr rauslassen. So, machen wir es. So, machen wir es. So, machen wir es. Die Spannung nicht mehr rauslassen. So, machen wir es. So, machen wir es. So, machen wir es. In schneller Folge und oft an einem einzigen Tage erleben wir die verschiedensten Proben zu einem Berg. Hier studiert James King seine Sieben und Partie in einer Soloprobe mit Alfred Walter.